Hallo zusammen, hier ist Cletus von CrownCrew. Wir präsentieren euch den sechsten Teil. Hier kommt Alan Wake natürlich, American Nightmare. Wir sind jetzt eigentlich beim dritten Durchgang. Sie wurde schon zweimal wieder in die Zeit zurückgeworfen. Mal schauen, was es uns jetzt hier Neues bringt. Wow, also der Sagi Michi, okay? Oh, das ist eine dicke Sicht. Oh, shit. Zuerst mal diesen hier. Und dann den King Hillbilly. Gut, der ist aber dumm wie ein Stück Rot. So, ja genau, da hätte ich viel Schaden machen können. Jetzt habe ich hier vorne noch ein Fragezeichen gesehen. Genau, schau hier. Ich bin die 35. Wir kommen hier relativ gut vorwärts mit diesen Manuskriptseiten. Ich hoffe, ich kann euch noch ein paar neue Waffen zeigen. Wobei eben Pumpi hat sich bis jetzt wirklich bewährt. Vorher scheint auch noch Manuskriptseiten zu sein. Wir kommen hier. Aha, jetzt habe ich das ganze Zeug schon verdammt. Jetzt muss ich ja nicht einmal mit oben rumlaufen. Sondern... Ich kann hier noch etwas Muni kassieren. Jawohl. Komm, jetzt machen wir doch mal eine andere Reihe vorgehen. Bisher tun wir die erste Batterie rein. Dann tun wir die Pumpi starten. Und am Schluss Musik rein. Oh, da fehlt noch etwas, oder? Das kann ich noch nicht aufmachen. Nein, nein. Ich muss jetzt noch das Licht anschalten. Oder was ist das Problem? Lado, ja. Ah, das können wir ja langsam. Jochen, ja. Das ist ein Spiel für mega. Ja, nein, nein. Ok, 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 scheisse mal aus dem Weg machen hier, Achtung! Oh ja, der letzte noch schnell der Typ fertig gemacht, das ist gut! Ja hoffentlich klappt es das mal hin! Ah, da haben wir noch das Fraugenzeichen, hm? Oh shit, oh shit! Schon wieder so eine Gorilla! Jepa, zum Glück kann man doch etwas ausweichen! Das ist so eine Granatenmongo! Ah, scheiße! Zieh dich mal! Boah! So, cool! Not as low as I show up, I guess! Hörst du noch zu? Das wollen wir jetzt nicht zu spät machen! Komische Vogelwesen! Ja, schön! Ready! Boah, Schwein kann im letzten Moment so schnell abpisst! Gut! Gut! Cool, jetzt gehe ich nur schnell abgeführung und schaue, wegen der Manuskriptseite! Nicht, dass das Donner plötzlich schon weitergeht! Zur nächsten Location! So ein bisschen! Sicher ist sicher! Schleichen wir hier hinten noch durch! Noch ist nichts! Lassen wir doch schnell noch am Radio zu! Ja, sag mal! Ja, die Art-Lövers sind Sie sich nicht negativiert? Sie sich nicht! Sie wissen, dass er ein Freund hat für dich! Das ist der Grund, dass ich eigentlich aus dem Läufer von der Nacht und so eine Interview zu machen kann, für Ihre Ergleichheit! Wenn Sie sicher wissen, dass Sie alle wissen, die Anweskripte Online-Night-Spring-Visual-Art-Show ist wiederher. Und das ist ein großes Problem für alle in der Kultur-Business! Wenn Sie es ein Business zu spätieren, das ist ein bisschen zu spätieren, als Sie wissen. Oh, that's okay. Money makes the world go around, no doubt about it. And that's one of my guests here in the studio, Serena Valdivia. She's a curator at the Night Springs Gallery of Visual Arts, and she's in charge of the NSVA Film Festival, held this year at the old Night Springs Drive-In Theater. Hello, Eddie. It's great to be here. And let me just say that it's a wonderful venue. Absolutely. And with her is one of the filmmakers, somebody who's actually primarily known as a renowned photographer, Alice Wake. Hello. Alice, I've seen a lot of your work over the years. It's very impressive. My wife's a big fan, actually. Oh, thank you. You've gained quite a bit of fame as a photographer, but that's not why you're here, right? You actually have a film. That's a little surprising. For me, too. I really wouldn't be here at all if it weren't for Serena. You two are friends, I take it? Yeah, we move in the same circles. So about a year ago, I heard about all this footage she'd shot, and I got to see some of it, and then I started pestering her about actually putting it out there because it was really good. I didn't really want to show it. It felt too personal. Well, yes, I can understand that. It features your husband, and he's, um, well... He's... he's dead. Uh, I thought he was missing. It's been two years. I... This sounds awful, but yes, I believe he's dead. Otherwise, he would have... Well, you know... Yeah, I understand. Well, hold that thought, and we'll be right back. Abgefahren, ja. Aber zwei Jahre verschwunden, da ist klar, dass man... ...demo annimmt, dass er tot ist. Endlich hat's etwas da bei dem Pool. Yeah, thanks for saving me again. I'd hate to die before I'm scheduled to be murdered. I guess I have you to thank for setting everything up at the oil, Derek. Yeah, well, I figured that if we were going to go over this again, we might as well try to be smart about it, huh? I appreciate it. You took a big chance doing that. You okay? What do you think? I've died twice. I remember everything pretty clearly now. You said I was gonna be okay. I don't know what happened. Well, it's not your fault. I think one of those... What did you call them? The... the takers? I think they did something to the power, and they got me that way. I'm sorry. But I got the keys from the dead guy in that room. And I'm not handing them over until you do something about this. I'm sick of getting killed. Fair enough. Well, good enough. It's over. You seem calmer now. I tried freaking out. Didn't do much good for me. I guess you get used to the craziest stuff. Good for you. Plus, I figured I'd take the edge off, you know? Mm-hmm. Those herbal supplements are pretty good, huh? Oh, yeah. I wanted to try to explain things to you now, since you're calmer, but maybe this isn't the best time after all. Oh, shit. Yeah. Better not get all metaphysical on me now. Seriously. I'm like two sentences away from thinking how we could all be like atoms on God's skin or something. Or figments of somebody's imagination. I'm just gonna try to chill out and not think about that or getting murdered or anything. If you're cool with that. Oh, gotcha. Claro. So, was muss ich so machen? Wo ist eigentlich das? Hinterher am... Uh, schau, jetzt nochmal an Manuskriptseiten. Und dann schauen wir doch noch einmal dem Spass-Team-TV zu. Weißt du, eigentlich müsste man immer nur wieder das ganze Gebiet absuchen. und dann würde mich alle Manuskriptseiten finden, aber das soll ich auch ein wenig vorwärts kommen. So, I've been thinking about Barry. I don't know what to do about him yet. I mean, I'm not gonna keep him around, that's for sure. Al. Al! Ugh. Little parasite. Your best friend. Really. That's the best you can do. I actually kind of like the guy. He's a plucky little butterball. He plays the clown, that's a hard road to take. Hm. But I don't need him sticking his fat face in my business. Did you know he's been hanging out with the sheriff? From that shitty little town? Well, they keep in touch. Barry's about the only guy who insists that you're not dead. How about that? Ah. Ah. I might keep him alive for a while. Just to see him go to pieces when I fire his ass. Ha, ha, ha. Yeah. 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 So an Aargh. Yeah. Ha. Genau. Halt mal deine Fresse. Also, jetzt hier Alan, der mir mit ihm rumwurstelt, scheinbar irgendwie in dieser Zwischenwelt fangen. Und der andere Asi-Wichser, Mr. Scratch, ist scheinbar in der Realität und fährt das Döring ein bisschen rum. Ah ja, ich wechs jetzt mal schnell auf die Magnum, weil die hat mir schon noch gefallen. Die abgezagte Schrotflinte geht schlicht einfach zu wenig weiter und mit zwei Schüssen, wenn man nicht reicht, hat man verschissen, man kann es aus anderen Games. Alright, jetzt, was müssen wir hier schauen, wegen dem Strom etwas? Oh, schau jetzt! Ja Jungs, dann haben wir wieder eine Feuerparty, ja. Wo, 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 wo! Immer schön locker bleiben, würde ich wohl sagen. Hey, nein, die sind noch schnell die Sierge. So, jetzt muss ich mich hier schnell verzichten, sonst bin ich erstens schnell Musik. Holy shit! Ich mache einen anderen Druck gerade. Keiner jetzt. So, ich kenne mich hier. Yes, schwenker! Wäre leid gewesen, wenn ich hier abgekratzt wäre. Gehen wir halt nur mal hierüber schauen. Ah, da ist der Strom, hm? Alright, jetzt haben wir volles Licht. Das heisst, sie sollte keine Probleme mehr bekommen, Hoppy. Hier wieder mal auffüllen, es ist lieb, dass der ständig wieder voll ist. Okay. Ich glaube, ich wirklich nicht, dass sie jetzt auf die Macht kommen können. Danke. Das ist ein Relief. Um, hier sind die Schläge, die du brauchst. Danke. Hey, ich muss euch sagen, in der Diner, ich bin da mit ihm, der Typ, der wie du. Okay? Ich weiß, dass ich gesagt habe, dass ich nicht. Ja, ich dachte. Okay. Ich weiß, was passiert. Ich bin jetzt in der Diner, so entschuldige mich, wenn ich mich ziemlich schützt über das, irgendwie. Du solltest dich nicht schützt. Ich wollte einfach nicht mitnehmen. Ich habe diese Tendenzie, einfach... raus, alles und schütz. Ich glaube, dass ich ein schlechtes Mensch bin. Aber ich... ich hab nicht sogar die Dörfer. Ich bin so ein Schädel. Wenn du den Dörfer stellst, wir haben die Dörfer. Es ist nicht Mensch. Du verstehst du? Das ist nicht deine Schuld. Aber ich hätte versucht, ihn zu verhindern. Ich glaube, wenn du hattest, wirst du sterben. Du bist jetzt ein bisschen besser. Ja, ich glaube, es wurde einfach einfacher, als ich dieses Ding aus meinem Kopf habe. Ich fühle mich so schuldig. Especially, weil ich nicht auf irgendwelche Begriffe habe. Ich habe wirklich gefühlt mit ihm gefühlt. Er war smart, charmant und lustig und heiß. Ich glaube, wie du sein könntest. Ich glaube. Ich glaube. Was ist das Problem mit diesem Mann? Er sieht wie du, er benutzt dein Name. Warum macht er diese Dinge? Ich bin nicht sicher, selbst. Vielleicht ist er einfach schweig, oder meine dunkle Hälfte. Er macht viele Dinge, die ich sehr schwer zu versuchen. Dinge, die meine Leben einfach verletzten. Ich glaube, dass alle diese Mörder nicht helfen. Ja, ich könnte es ohne die Mörder zu Ende des Welt. Ich muss gehen. Ja, gehen. Ich glaube, ich bin gut, jetzt. Ich hoffe. Gut. Wenn alles gut geht, vielleicht ist es das letzte Mal, dass wir uns so treffen. Gott, das wäre nicht großartig. Es ist einfach auf die Lichter, okay? Okay. 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 Okay.